So und damit herzführe zurück zu Amnesia, die Custom Story. Und ich habe jetzt geguckt und dieses Häschen gehört dir. Das Häschen gehört dir, Mann. Ich kapiere das jetzt echt nicht, warum das nicht gehen soll. Ach. Du willst mich verarschen, du Mistkinder. Ich habe das doch gegeben, so. So was. Oh, was ist denn das? Nein, 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 nein. Geh mal schön weg. Hey, ich habe dir eben ein... Geh weg, Pony. Die Ponys ticken hier komplett aus. Oh, 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 Mensch. Jetzt haust du dich weg. Hier rein. Hoch, 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 hoch. Na, Ponykopf. Noch ein Ponykopf. Oh, noch ein Ponykopf. Rein, rein. Oh, habe ich mich erschrocken, ey. Trenne auf einmal schon... Auf Koks, Pony, nochmal, ja, ja. Oh, ich habe mich jetzt erschrocken. Ähm. Ähm, ja. Hallo. Das ist geil. Na, guck mal weiter. Ich will mal die fliegende Kiste angucken. Fliegende Kiste. Ey. Fliegende Kiste. Was macht er? Wer will das haben? Seht du das? Nein, du willst das nicht. What the fuck, alter. Er steht da so nah auf dem, in seinem Kart hier, zeigt der Tor und Schinkefinger. Naja, scheißegal. Wer seid ihr denn? Hm. Hey, ich gebe mir das Teil wieder. Hoi. Wollt ihr jetzt alle was für mich haben? Na, ich guck mal was, schwinden. Das sieht irgendwie noch aus, hätte es was. Oh. Ein fauler Apfel. Ne, ein Totenkopf ist das. Ne, ein fauler Apfel. Will ich mal den faulen Apfel haben? Du? Ne? Ja, du willst den faulen Apfel haben. Ähm. Da steht noch irgendwas. Knochen. Du schenkst mir Knochen. Das sieht zu geil aus hier. Hehehe. Er steht da so da. Ah, hier. Das ist echt die Stinkefinger, das ist toll. Na, ich guck mal. Hehehe. Jetzt würde ich die Knochen auch bestimmt haben, oder? Hehehe. Wack. Hehehe. Hey, warte auf mich, Stinkefingerboy. Stinkefingerboy, warte. Rechts. Wo fährst du denn denn? Alter, was geht denn, ja? Ey, das ist Marius Hut. Na, das machst du genau richtig, so wie du fährst. Hehehe. Wo? Alter, hab ich dir gedacht. Pumba! Yeah. Pumba. Bumba. Irgendeine Blume, aber da hinten ist eine Blume hinter dem. Bumba, willst du die haben? Alter, das geht ja ab, Alter. Bumba, yes. Willst du die Arme? Bööö. Oh. Du kannst jetzt weiterfahren jetzt. Komm. Stingerfinger, boy. Ja, das machst du genau richtig so. Komm mit. Hier, her. Stingerfinger, boy. Nein, was? Stingerfinger, boy. Jetzt gib Gas. Nur stingerfinger, boy. Ach, der bleibt doch dann einfach weiter. Ich bin am Ziel. Willst du noch irgendwas haben? Nein. Ich geh mal weiter. Ich stehe da dem Auto und zeig da die ganze Zeit den Stingerfinger hier. Wenn ich bei Mario Kart jetzt wirklich gehen könnte. so, uh, 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 uh was was it was it oh hey I'm so sorry that I scared you before as compensation I will tell you that the Pinkie Pie you have seen is not the one she appears to be but who I'm not able to find it out because I will hide here until the chaos out there is gone that's very interesting here I'm not going to talk to you hello what's now you've hit me just you've hit me just I'm not going to talk to you I'm not going to talk to you chill Obi-Wan Gobi desert hey verstehe ich nicht Alles klar. Hallo? Okay. Wo willst du denn hin? Muscht du ihm das in den Aas schieben? Nee. Hi. Hoi. Wie sieht's drinnen aus? Wonach sieht's denn aus? Ich rauche mehr. Wenn du denkst dich, lass dich mal ziehen. Vergiss es. Alles klar. Wo? Soll ich mir in den Winter gucken? Da hab ich doch gar nichts. Ey, bleib mal stehen. Wollt ihr so stehen? Ey, warte. Ey, kann man weitergehen. Oh, ja. Stehen nur zwei Türen dran. Oh, oh. Stühle. Vier. Hey, hey. Jawohl. Entschuldigung. Wo ist der Dursch? Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo. Ich kenn die halbe der Viecher gar nicht. Ich kenn nur ein paar einzelne. Ey, lass mich rein. Wört ihr auch illegal geschnüffelt? Ich geh weiter. Tolle Party, aber ich muss wieder los. Ich geh mal hier rein. Hier ist auch abgeschlossen. Na super, hier gehen wir nochmal zur Party. Da ist doch bestimmt irgendwas, was ich noch brauche. Aber du, wenn du reinkommst, ist die Musik, ey. Ey, ich spiele mal was anderes. Hallo? Ist hier irgendwas? Was ich brauchen könnte? Hey, da ist irgendwas. Schnee, Mann. Ich nehm den mit. Wer braucht den? Ich schiebe mal da raus und guck mal, wer den Schnee man braucht. Oh, sorry. Ey. Ey. Hey da, ich schaue mich für den perfekten Tag. Aber, um mich ehrlich zu sein, ich bin gerade zu schlau. wirst du ihn haben ich hätte auch noch eine platte willst du die platte haben nicht wer will denn die platte haben wie heißen die ich weiß nicht wie die heißen das war noch mogelbäum mogelbaum oder ich wüsste nicht du willst sie nicht haben mogelbaum wir den auch nicht du tanzt hier so schön wie zu fleisch die platte was ist das hier eigentlich muss ich es ist ein hammer doch es ist ein hammer muss ich jetzt damit kaputt was ist da rein äh guck mal muss das nicht hier rein also hier muss ich kann ich auch nichts kaputt machen na hey wo bist du hin ach da rollt er doch das ist jetzt mal die platte muss ich doch bestimmt dj das pony was er den dj gemacht hat geben oder jetzt mach ich was los jetzt mach ich was los hör willst du die oh tja was bekomme ich jetzt mit dir dafür ein bisschen schneeregen oder was ne jemand in den schnee man du ne hey hier ist jetzt offen flieglaufende stühle da da weiß man doch wo das ist da kann das kannst du gar nicht reinbringen oder ging das ne das ging nicht ne es geht nicht man kann das nicht reinbringen ich gehe aber trotzdem noch mal dahin also ich mag die fliegenden laufenden stühle ah wo ja sind boah ich es ist so hell ich will das brauchst du dafür den schnee man ne oder ne was brauche ich dafür noch aber warum liegt das jetzt hier rum ich glaube mal ich brauche die für irgendwas die kann ich auch nicht aufnehmen also ich muss doch dann schätze ich mal das eine hier reinholen ah das geht nicht die tür abgestellten ich gehe jetzt nochmal kurz raus wo ist denn der teil da ist eins das geht aber auch nicht ich kann das auch nicht reinbringen hm vielleicht muss das irgendwo anders hin muss das in das wasser getaucht werden wasser ist nix das ist das ist mir das irgendein mogelbaum gehören das ist wieder so eine phase 2 ich weiß nicht was ich machen muss du das komm hier nimm was sind die drinnen eigentlich ist das nicht ein feuerartiges das ist das nicht ein feuerartiges ist das nicht ein feuerartiges so ein rotz können sie sich mal mit mir in deutsch schreiben hier ich denke ich komme es ihm oder schreiben du willst das nicht unbedingt haben wir haben von euch irgendjemand einen schneeball haben irgendwas heiß dino hoch verschrocken jaja ist doch gut geh hoch geh hoch geh hoch geh hoch ähm ja alle lassen ja deine Hände sind geirrt fav dr nein keine karte die jaja hier war es doch schon oder Keine Ahnung Ich geh das mal einfach hier weiter Oh Hallo, hallo Oh, kann ich ihn schüe, Alter? Schüe, Alter Das geht dich nicht Kann ich jetzt kaputt machen Pass ich mal einen an Oh, ist bestimmt Oh Immer nur so die Dinger In irgendeinem ist bestimmt irgendwas, das mal weiterhilft Ruppe oder etwa, es ist in jedem eins drinnen Zu langsam nervt die Musik, ich muss sie ganz schnell raus Nichts Oh, nichts Nur diese Dinger Nein, da ist bestimmt was drinnen Ich kann nichts erkennen Alter, er hebt das doch nur auf Vernunfttrank Vernunfttrank Muss ich jetzt die Vernunfttrank herkriegen Ich hab doch hier Vernunfttrank So, ich denke hier weiterkommen Hallo Was, hallo Hallo Wo kommt er, nein Hallo Ich muss aber weiter Nein Das war laut Ist ja ganz schön laut, hallo Aaaaaaaain Oh Hallo 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 Ich schwebe Hallo Hallo Schnauze Boah, ich wegschlage Nein, Spaß Aber ich muss da Zur Tür Hallo Hallo Ja, hallo Ich muss hier auch kurz zur Tür Hat Spaß gemacht, ja Oh, hallo Was geht nie ab Hey, ich fliege Nein, Kat Yes Nein, Kat Nein, Kat, wo bist du denn? Komm her Nein, Kat Ski up Nein, Kat Komm her Nein, Kat Was Kann ich Muss ich dir jetzt auch irgendwas holen No Für was brauche ich denn jetzt ein, Kat Obwohl ich irgendwie muss das auch Wollt ihr das haben? Was ist eigentlich mit dir? Die ist tot, oder? Hey, later I'm looking for the perfect apple Uh, to be honest I'm just too lazy at the moment So, can you find the apple? Ich kann nichts sehen mit dem Vieh vor mir Oh Hi, ich bin neu hier Wie sieht's drinnen aus? Wonach sieht's denn aus? Ich roche mir an Wenn du denkst dich, lass dich mal ziehen Vergiss es Okay Hey, komm, Kat Kaputt geht auch nix Ich weiß nicht, wie's hier weitergehen soll Naja Dann versuch ich mal wieder in der nächsten Folge weiter Oh, es wird wieder heller Vielleicht Ach nee, ich versuch's nochmal so Für was brauch ich denn das? Oder muss Hm Nee, hier hoch komm ich aber auch nicht Hallo Hm Hm Der will das Zeug ja Na gut, dann versuch's in der nächsten Folge nochmal Sag ich tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal